Moin Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es gibt eine Frage, die werde ich im Grunde immer und immer wieder gestellt. Sag mal, verkaufst du dich nicht? Ist dein Job nicht eklig? Okay, ich möchte wirklich ehrlich mit euch sein und ich muss zugeben, vollgewichste Kondome nach dem Analverkehr zu entsorgen, gehört wirklich nicht zu meinen liebsten Tätigkeiten. Allerdings gehört das noch nicht mal in die Top 10 der ekligsten Sachen, die ich für Geld gemacht habe. Da ich heute aber eine kurze Folge mit euch teilen möchte, gibt es heute die Top 4 Sachen, die ich eklig fand, aber trotzdem für Geld gemacht habe. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das gebe ich zu. Mein Ausbilder war dann allerdings auch mal der Meinung, dass man mir auch nicht zwangsweise regelmäßig den Lohn auszahlen muss. Und so hat er einfach mal drei Monate darauf verzichtet, mich zu bezahlen. Das war ziemlich anstrengend, denn als Azubi verdient man so 400, 500 Euro im Monat und da ist das schon echt eine richtig große Sache. Irgendwann bin ich dann heulend vor ihm zusammengebrochen, woraufhin er dann meinte, warum hast du denn nicht gesagt, dass du Geld brauchst? Das Gleiche ist mir tatsächlich auch schon mit anderen Arbeitgebern passiert, auch in ganz anderen Branchen. Und ich muss sagen, das ist eine riesengroße Schweinerei. Und darum schätze ich die Sexarbeit auch so sehr, denn hier gilt, Bares ist Wahres und es wird erst gezahlt und dann geliefert. Ich habe eine ganze Zeit lang als Sekretärin gearbeitet und meine damalige Chefin fand es irgendwie auch absolut legitim und okay, ihre schlechte Laune an mir abzulassen. Das führte zum Beispiel dazu, dass ich bei meiner ersten Krankmeldung, so nach sieben Monaten ungefähr, am Telefon Folgendes zu hören bekommen habe. Ja, das war ja klar, dass sie mich hängen lassen. Und dann wurde einfach aufgelegt. Ein wirklich ganz besonderes Highlight war auch, als sie mich als Arschloch beschimpfte und dass meine Arbeit einfach scheiße sei. Ich muss gestehen, unter dieser Chefin habe ich einige Zeit heulend auf dem Klo verbracht. Sie hat es zum Teil auch wirklich mitbekommen, aber ihr war es wirklich egal. Als ich sie dann eines Tages auch mal zur Rede gestellt habe, kam im Grunde nichts als blöde Entschuldigungen und am Ende hat sie es so hingedreht, als sei ich schuld daran, dass sie sich fehlverhalten hat. Da schätze ich mir die Sexarbeit auch mal wieder, denn ich habe keinen Chef. Als Selbstständige bin ich nur für mich selbstverantwortlich und Rechenschaft schuldig. Und es gilt halt auch in der Sexarbeit, wer ficken will, muss freundlich sein. Mit 15 fing ich an, in einer Fabrik für Farben- und Renovierbedarf zu arbeiten. Und in der Abteilung, in der ich gearbeitet habe, gab es auch einen Vorarbeiter und der liebte es, sich möglichst nah an Frauen vorbeizudrängen. Das bedeutete dann im Klartext, dass er, damals war ich 15, seinen Schritt sehr gerne an meinem Hintern rieb und das auch völlig okay fand. Irgendwann platzte mir dann tatsächlich der Kragen und ich habe mal ganz laut gesagt, kannst du nicht woanders lang gehen, ich habe keine Lust, dass du dich immer an mir reibst. Das hatte zur Folge, dass ich von da an erst mal ein paar Wochen nur noch im Lager arbeiten durfte und eh die Arbeit nur bekam, die sonst keiner in der Abteilung machen wollte. Zudem verbreitete er echt fiese Lügen über mich, was ich so gesagt hätte und machen würde. Und ja, das war tatsächlich schon ein bisschen unangenehm. In der Sexarbeit ist es so, dass 99 von 100 Gästen wirklich darauf warten, dass ich den ersten Schritt mache, dass ich mich ihm annähe und damit das Go gebe, dass wir jetzt intimer werden können. Der eine, der vor Aufregung nicht so genau weiß, wohin mit seinen Händen, den kann ich auch einfach in seine Schranken weisen. Und bislang hatte ich damit auch keinerlei Probleme. Den miesesten Job überhaupt hatte ich so mit 19, 20 rum. Damals brauchte ich wirklich ganz, 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 ganz dringend Geld. Und so nahm ich den Job um die Ecke bei der Fleischerei an, dort nämlich jeden Abend zu putzen. An sechs Abenden in der Woche. Und ich muss sagen, es war wirklich ekelhaft, so Fleischreste und Sehnen aus dem Abfluss zu pulen, Hackfleisch von den Wänden zu waschen. Es war wirklich eklig und das Ganze fand auch noch bei frostigen Temperaturen statt. Wir haben keine eigene Schutzkleidung bekommen und es gab immer Überstunden, die nicht bezahlt wurden. Am Ende habe ich da wirklich so für knappe 5 Euro die Stunde gearbeitet. Zum Glück hat sich meine finanzielle Situation so nach drei Monaten circa deutlich entspannt und so ging ich zu dem Mann, der mich angestellt hatte und sagte ihm, dass ich von nun an dort nicht mehr arbeiten werde und kündige. Seine Reaktion war, dass er mich dann jetzt sofort bei der Ausländerbehörde melden werde und was dann mit meinem Aufenthaltsstatus passiert, das werde man dann sehen. Ich glaube, ich muss das nicht weiter kommentieren. Das ist wirklich Ausbeutung in seiner reinsten Form. Mir war es in jeder dieser Situationen von Anfang an glasklar, dass ich dort von meinen Chefs gnadenlos ausgebeutet werde. Sie haben entweder meine Arbeitskraft missbraucht oder haben ihre persönlichen Probleme auf mich abgewälzt, was auch nicht okay ist. Ich habe aber in jeder Situation mitgemacht. Ich habe mich auch dazu entschieden, mitzumachen. Denn ich wollte meine Miete bezahlen, ich wollte meine Schulden loswerden, ich wollte das Leben bezahlen können, das ich halt damals so geführt habe. Heute bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass diese Menschen keinerlei Einfluss mehr auf mein Leben oder meine Zeit haben. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz, dass ich mit Arschficken und Schwanzlutschen mein Geld verdiene. Denn, um wirklich ehrlich zu sein, ich habe mich in der Sexarbeit noch nie so sehr prostituiert, wie ich es in meinen anderen Jobs gemacht habe. Ich hoffe, das Ganze war für dich interessant und vielleicht konntest du das ein oder andere auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Wenn du Lust hast, kannst du ja gerne mal deine Erfahrungen unten in die Kommentare schreiben. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich am nächsten Sonntag wieder. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und bis dahin, alles Gute und eine schöne Zeit dir. Mach's gut. Ciao.